viel spaß nichts ausgedacht ich auch nicht nehme ich halt einfach das was vorgegeben wird das ist doch eigentlich das ist genial danke spiel das nehme ich ja schön wenn du meinst sorry das gefällt mir das kann man das nehme ich so muss mir nichts ausdenken für die vorgabe ich finde es lustig wir haben keinen druck und schon die hälfte fertig heilige okay wie geil das kann man sogar mit so ecke gemacht wie war der noch mal dann halt keine menschen zeichnen ich muss viele tiere malen versuch jetzt mal ein bisschen räumlich zu malen dazu muss man erstmal räumliches denken beherrschen doch irgendwie so war das das wird nichts ich frage mich ob ich noch näher dazu zeichnen soll also ich könnte die jetzt noch eine beschreibung um diese machen müssen war aus wie mache ich das am schlauesten ich habe eine idee und ich kann einfach keine tiere malen ich kann generell nicht zeichnen aber ja so noch ein bisschen farbe reinbringen so Okay. Wenn ich in die Sprichblase. Ich glaube, das ist gut so. Let's go. Muss reichen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich mache hier noch. Vielleicht erkennt man es dann. Es ist ein Krause, Eichhörnchen. Ja. Ja. Ich hätte vielleicht noch... So ungefähr. Ja, aber doch hier so in der... Jawoll, Tiger, hau rein. Nein, ich wünsche dir eine Wundervolle Nachtschlafgut träumen, was Schönes. Nachttiger. Hm, hm, hm. So eine Katze geht schlafen. So. Ich glaube, das ist gut so. Das haut her. Ich glaube, das sollte klar sein. Die Zeit. Sie rennt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich trinke mal hier. Außer seinen Prost, die noch da sind übrigens. Trink mal mit ein Schlickchen. Ich habe heute... Hier, ich bin ganz stolz, ja. Ich habe heute, sagen wir mal so viel noch in meiner Wasserflasche. Die habe ich voll hingestellt, ja. Und so viel habe ich getrunken. Übrigens, Prost. Also... Nichts, könnte man sagen. Ach, scheiße. Ähm. Das ist ja sehr schön gemalt. Oh, okay. Äh, okay. Das, was ich gekriegt habe, war sehr gut. Es kann nur ein Sabi oder List sein wahrscheinlich. Das ist Ritt. Danke. Viel Spaß beim Mal. Ritt ist schon wieder ganz. Jawoll, da schreit ja schon fast. Was? Lady Moon, du hast absolut recht, ja. Äh. Oh. Okay. Ich finde es so schade, dass man hier keine Bilder einfügen kann. Dass man einfach nicht... Dass man einfach Sachen copy and paste... Du, 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 du. Das ist doch eigentlich gut. Also müssen die Leute wenigstens zeichnen. Shit. Ja. Warte, dann machen wir das doch lieber so. Dann hier noch. Dann hier noch. Oh. Ja. Ja. Uh. Jawohl, nach wie Lady Moon Hau rein, ich wünsche euch noch viel Spaß Und freue mich morgen um den Stammtisch Genau, bis morgen um 14 Uhr am Stammtisch Hau rein Lady, ganz ganz viel Liebe an dich Dickes dickes Herzchen, schön dass du so lange mit dabei warst Oh, 14 Uhr das Stammtisch In 13 Stunden, ne in 12 Stunden Dann werde ich mal schauen, ob ich das schaffe Will ich euch da mal zum Stammtisch rein Ach Gott, meine Zeit ist noch Ja, jetzt muss ich hier noch das Wichtigste malen Ja, nie andersrum ja Ja, kann ich auch nicht zeigen Da wird das Bild ins Monitor gemeißelt Das sieht doch bisher Ja, nicht meine schlechteste Zeichnung Ich trau mich, soll ich es nochmal versuchen? Nee Wir haben gleich nur noch eine Zeichnung Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll hier Keine Ahnung Nein Ich habe jemanden bei den Sprechblasen Sieht doch hübsch aus I don't know So, Entekei haut sich auch hin Wird zum Sleepy Duck Wünsche dir eine Liste Superschönes zu nehmen Und einen anderen schön zuschauen Und auch den anderen schön zuschauen Jawohl Dann wünsche ich dir auch eine wundervolle Nacht Schlafgeträume, was schön ist Und guten Morgen Ich verdurste gleich Hilfe Servus Jonas, grüß dich Nicht verdursten Trinken Nichts verdurstet Bald, wenn er nichts trinkt Ich kann was trinken Außer sein Brust Lass trinken Trink, 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 trink Ich trinke jetzt auch was Trink Kollektives Besäufnis Meine Zeichnung wurde weird Ich habe sie erst artsy angefangen Und danach wusste Ja, weird ist das sowieso Okay Das ist schon wieder was Was ich nicht weiß Ich glaube, jetzt ist vielleicht Meine Zeichnung zu dir durchgekommen Ich google einfach mal Ich habe keine Ahnung Äh Du Äh, ja Da hast du drei Da hast du drei Minuten für geworfen Du die Zeichnung Das ist ja Ja Keine Ahnung Ich mach das mal hier so Keine Ahnung Aber du hast schnell genug geguckt Zeit Aber die Zeichnung ist nicht schlecht gewesen Was? Äh, was? Wer kommt denn auf so eine Idee? Ähm Bitte was? Alles klar Okay, ich gehe mal von leichten Vertipper aus Wenn er schon die Melodie macht Weiß ich schon, was er hat Ja Dann weiß ich auch, was er hat Ähm, ja Scheiße, jetzt habe ich noch mal Wumm So ein Mist Okay Ich glaube, wir machen das anders Ich glaube, wir machen das so Und das so Und dann machen wir das so Ich kann bloß keine Busse malen Das konnte ich noch nie Aber okay Wunderart Ah, nein Nein, falsch Da hin Da hin Nein So ungefähr Wie soll das doch aus, oder? Nee, wie machen wir das denn? So Ich kann mir mit diesem Ohrwohnbeck nehmen Das habe ich jetzt selber bekommen Tja Okay So eine Art Hilfe Ich habe gehört, was gegen Ohrwürmer helfen soll Das ist das Lied, was man als Ohrwurm hat Noch mal Noch mal komplett durchzuhören Weil das Weil das Gehirn Hat ja den Ohrwurm nur Weil es ein Problem damit hat Das Lied nicht komplett zu haben Genau Da hast du meistens nur Das Problem ist, wenn du das Lied nicht kennst Wenn du nur den Räfring im Kopf hast Und dann nur das Lied nicht kennst Ich kann nur den Räfring Weiß Geiß Scheiße Jetzt habe ich noch einen Ohrwurm So ein Dreck Sehen Ohrwurm Zwei Lieder Da scheiße Lieber so Jawohl Ich muss es gleich nachts stehen Ich freue mich total Oh, aber das ist cool Wenn ich was habe Äh, klingt am Plan Aber keine Lust jetzt, um die Kinder zu laufen Was zu holen Ich würde alle aufwecken Das ist natürlich nicht so gut Guck mal, die Gammon Granate ist auf Deutsch Oh, wieder was Gutes gezeichnet Gammel Granate heißt hier auf Deutsch Okay, krass So, okay Äh, okay Äh Also im Moment, wenn du einen Satz, den du reinschreibst, genau passt Das ist so getredigt Das ist wieder so eine typische Sabi oder Liste Ja, irgendwie Sowieso die letzte Runde Okay, ich bin gespannt Ich auch So, ich hoffe, ihr habt euch angestrengt jetzt für die letzte Runde Ja Äh I tried Naja I tried my best Das waren schwierige Sätze Oh, shit I tried my best But I don't say Ah, das kam bei mir an Nein Noch eine Punkt Das kam bei mir nicht an Das war sehr schön gemalt Ein Lob an Sabi Sehr schön gemalt Geldspeicher hieß es Goldpunkt habe ich geschrieben Aber Geldspeicher war es genau Das war genau Oh, das habe ich bekommen Okay Ja, kennt man Ich habe Speicher in Klammern geschrieben Ja, genau Ja Okay Das sagt man nicht mehr Das ist da Wo du da Ähm Ja Das ist Auf einem Safe befreit Korrekt Das ist schön geworden Das ist fantastisch geworden sogar Ich musste nur Da hat er viel Mühe gegeben Nur Dagobadak hat er keine Zeit mehr gehabt Ja Toll Jonas die ganze Woche Nachtschicht Alter, aber Alter Und dann Urlaub Wenigstens der Urlaub gut Aber euer Zeichen Dagobadak ist bei dir auch super geworden Den Urlaub hatte ich gerade Nicht klasse Schön Schau mal nochmal Was Red gemacht hat Ein Wolf in der Bade Nein Nein Kann man nie an Nein Kann man nie an Ich kann halt keine Tiere malen Das ist Au Ich habe mein Bestes gegeben Ein Wesen sitzt bei Vollmond in der Wildnis In einer Badewebe Ich dachte wenigstens das Amu Bin ich irgendwie zum Ich bin ein Idiot Sehr schön gemalt Sehr schön gemalt Das ist jetzt nicht mehr so toll Aber meiner Thor haben ein paar kleine Spanner Ich habe vorhin auch verlesen Ich habe nämlich nicht gelesen Ein Wesen sitzt bei Vollmond in der Wildnis In einer Badewanne Sondern Und einer badet Warum auch immer Schön ist es geworden Also kann man nicht Ja Einen der Bade Und ich dachte mir so Okay Oh fuck Frau badet nackt Vor allem ein Wesen Und Liz denkt einfach an Menschen Ja genau Ich habe erst einen Strichmännchen Ich habe gesagt Ah nee Ich mache den jetzt einfach rund und knubbelig Damit er Damit man ihn interpretieren kann Ja Aber Bendy hat ihn interpretiert Nämlich Oder nehme ich gleich Den badeten nackt Ich weiß gar nicht mehr Was ich als Satz geschrieben habe Am Anfang Schon so spät Schauen wir nochmal Was Bendy sich ausgedacht hat Die kiffende Rollator Ja Die ist durchgekommen Aber nicht ganz so Aber ja doch Durchgekommen Ich glaube auch ja Ich glaube das Kiffer Der Rollator ist glaube ich Irgendwann verschwunden bei mir Oh sie hat sich was mehr Der Rollator wurde zu uns anderem Ich glaube das Kiffen hält sich hier durch Das Kiffen hält sich hier durch Das Kiffen ist stark Da ist der Einkaufswagen Ja Gut Aber der Kiffen Der Oma ist durchgekommen Alles weggegessen Wie du konntest nicht alle Alle Sachen machen In den Laden Das gibt's doch nicht Thoram Der Bus vom A-Team Ja Das kam bei mir an Ich hab den Bus Nicht mehr richtig gemalt Der geht eigentlich hoch Zum Heckflügel Ich entschuldige mich Dass den Bus vom A-Team So schlecht gemalt habe Ich kann halt nicht zeichnen Ich entschuldige mich Ich entschuldige mich Ich entschuldige mich Alles gut Ich entschuldige mich Ich kenne dieses ganze Marvel-Ding Das ist kein Marvel-Ding Das ist A-Team Das ist A-Team Das ist A-Team Aus den 80ern Ja Mit Mr. T Und die Sabi Die ist nicht in den 80ern Geboren Deswegen hatte ich Ich auch nicht Ich bin auch nicht in den 80ern Geboren Das ist einfach nicht Mein Genre Ach das hab ich Popeye ist auch aus den 80ern Ah das ergibt einiges Wahnsinn Okay da ist der Popeye Noch der Spinat Ins Klo wirft Ja Ja Das ist auch nicht so gut Versungen Okay Okay Papier ist weg Okay Er hat ein eindeutig ein Kleid an Ich hab keine Er hat das Kleid Hübsch Auf einmal ist Lister Vorgewohnen Das habe ich sogar Spinat Richtig gezeichnet Wenn jetzt Für dich doch Geschmack Für dich doch geschmeichert Dass du von Popeye zu Liz wirst Dass das von Popeye Das ist doch Popeye ist es aber Enttäuschend Schmutziges weinendes Einhorn Oh schmutzig Das hab ich jetzt Das war die Vorgabe Die hab ich jetzt genommen Das hab ich mir nicht ausgedacht Das ist sofort nicht mitgekommen Nur das weinen Wo ist es denn der schmutzig Oh schön Sabi kann nichts gut zeichnen Sabi Respekt Das ist toll Ja Oh mein Gott Wie süß Das hab ich bekommen Das ist richtig traurig Das sitzt da so richtig eingefallen Ja Das ist andere Zeichnung hier Das ist die Später So dass du bist Entzeichnung Das ist putzig Meine Jawohl Dann schauen wir noch Was meiner sich ausgedacht hat Nice Sabi Ja Da hab ich gedacht Wow Da ist meine Zeichnung ganz gut geworden Wie ich finde das Tatsächlich Ich finde meine Zeichnung ganz gut geworden Ich hab ein bisschen mehr rein interpretiert Ich wollte es ein bisschen spannender machen Ich war mir nicht ganz sicher ob es ich bin Aber ich dachte mir so Ja war vermutlich schon Das Help ist verschwunden Ja Keine Hilfe Aber es ist im Ende Ja angekommen Nicht schlecht Ja ist eine ganz klassische Move von mir auch Andere Sachen sehr schön Andere Sachen Wirklich Ist wahrscheinlich Insider Primerinen Kiffer Ja ja eindeutig Eindeutig Insider Aber dass er denn jetzt ist Ist schon eklig Also Manche Zeichnungen Einer allerletzt Die machen eine Speedrun Runde Die hab ich noch nie Ich hab keine Ideen mehr Es ist fast zwei Ich kann nicht mehr So Alle letzte Runde Ich hab eine Speedrun Runde noch nie gemacht Aber Aber wirklich schnell Eine Speed Speed So Speed Speed Die Speedrun Runde noch nie gemacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017